hey leute ich komme zu der nächste folge die siebte folge von minecraft goldcraft in der letzten folge war ich zuletzt hier beim ender dungeon und ja ich nehme das jetzt gerade direkt weiter weil das spannend ist was passiert und ich will die lust daran nicht verlieren ok es geht weiter ich muss nicht durch graben eine truhe das geil und eisen dasselbe nicht mitnehmen kann wenn man im mitarzt was kann ich nur tun die sachen so es geht wieder nach oben und mich erwarten körper tag ja und kommt oder kann ich nicht aufheben ich kann trotzdem das ist jetzt nicht so geil so hier muss ich alles so so hello oh ne das ist der Hauptraum verrückt Mann ey nein kriss mich nicht ok 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 kohle noch ne geile ganze und so weiter Leute ok so wie so so nein so ich kann es nicht aufheben was rows kohle 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 ich suche jetzt mal ein haus eigentlich ich kann mir eigentlich total durchgehen aber doch ich könnte hier das total lassen wieder nach draus gehen und eine schöne stelle suchen zum leben ich habe ja jetzt die bäume von die robber also ich kann einfach weg ich würde aber ganz gerne ein bisschen coole ort ist größer als bäume zu da war auch da nein nein wer sollt ich wissen dass er da ist ja und ist er was der leute egal wie beachten ja diesen kampf gewinnst du nicht denn ich habe deine seele plus eine enderperle habe ich einen gewinn bekommen ich hab den gekühlt und ja meine essen geht gleich fertig und dafür will ich jetzt eigentlich mein haus haben dann beginne ich mit meinem haus keine ahnung so ich kann mir auch vorstellen wieso hier viele endermenten das portal ja so ist das so uranium uranium immer mal mitnehmen man weiß nicht ob man ein paar weg springen will hier monster gleich spawnen auf spaß weg springen ohne keine spider eisen ich glaube das reicht würde ich will ich will ja auch unterhalten aber wenn ich jetzt da oben gehen mein hausbau alle maschinen war wie viel trägt schon was man muss ich jetzt wieder zu höhle rababa und darum will ich vorsammeln also schon alles früher holen dafür ich nicht zu einer höhle direkt muss oder so ich weiß dass ich gerade eisen verpasst habe das werde ich nehmen koffer ist mir gerade egal aber uranium nicht also nehme ich auch mit was ich habe schon eisen voll ne eisen muss ich auf jeden fall mitnehmen das ist zu wichtig und das kann ich auch aufnehmen tun und dann kann ich das nehmen haa ich hoffe ich habe fahren genug um den zu machen einen großen eine große tasche das ist auch nix wieso schon koffer aber nicht zu vieles so so ich nehme alles mit von iron so quatsch ich nehme die wieder so ok jetzt habe ich glaube ich lange mal mehr ja es wären jetzt insgesamt 82 eisen die ihr schon locker schnell verschwinden könnte und leute und leute das geht so nicht weiter ich beginne jetzt mit meinem hausbau ist dort so weit weg bin ich eigentlich nicht von oben wie welche höhe bin ich überhaupt so krass egal es regnet so einen tollen tag so ich würde gerne nicht ich mag dieses jung weil hier gibt es das hier gibt es einfach dieses richtig geile holz hier akazien akazien bäume das ist richtig geile bäume ja klar ich lauf einfach paar meter weiter und ich bin direkt direkt schon ein dorf wie viel glück hat man auf diesen auf dieser welt lol geil ok hab kein essen ich da richtig guter machen die village an der party keine ahnung Leute keine ahnung sieht aber aus die party soll ich mit machen so ich werde den westberaten soll ich beim sapion wohnen der doch auch geil ah ne ich würde für mich nicht so Sampion nehmen uuuh nice also das sieht man nicht so oft ähm was lasse ich denn hier ich lasse warte so ich kann vieles locker ja ersten wichtig ich nehme die buchseplatte zweiten hä habe ich denn das was kann ich rein tun ja akazien brauche ich auch ich finde einfach die die baumart schön und ja das holz hmm rubberwood ne rubberwood brauche ich nicht so also kann ich das tun ein bisschen rein das nehmen spitzacke ja würde ich auch gerne mitnehmen was wünsche ich denn weg tun leider hm 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 findet man überall ist nicht das große Ding und sonst kommen schon etwas noch wegwerfen, keine Stubstunde oder? was die zu tun rein? das wird's darum Zungen könnte ich auch finden Bronze Pickaxe da verbrauche ich weniger Spitzhaken und das Eisen ja, ich hoffe das Eisen von Spitzhaken wäre logischer weil ich hab doch nicht 4 Iron mit im Inventar so 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 so